Bedenken Sie, dass alles eine Meinung ist und die Meinung in Ihrer Macht liegt. Nehmen Sie also, wenn Sie wollen, Ihre Meinung weg. Und wie ein Seemann, der die Landzung umrundet, werden Sie Ruhe, alles stabil und eine wellenlose Bucht vorfinden. Ein Weinstock kann sich nicht wie ein Olivenbaum verhalten. Und ein Olivenbaum kann sich auch nicht wie ein Weinstock verhalten. Das ist unmöglich, unvorstellbar. Ein Mensch kann seine angeborenen Veranlagen nicht mehr völlig auslöschen. Der größte Teil dessen, was wir sagen und tun, ist unnötig. Daher verschafft der Verzicht auf solche Aktivitäten einem Menschen mehr Muße und weniger Unbehagen.